Ich glaube, ich solle das hier noch mit einem Schiff machen, wo ich mich gerade aufhalte. Okay, erstmal die schönen Federn einsammeln. Oh, das war knapp. Hast du dir einen Schnitzel jetzt geholt? Karin, hast du jetzt noch einen Schnitzel geholt? Nee, ich konnte gerade laufen, ich habe mir einen Monster geholt. Monster? Ja. Was spielst du? Ich bin schon letztens Aram. Ach so. Alles klar. Ich bin der einzige Zuschauer bei dir. Wer? Ich bin der einzige Zuschauer bei dir. Ich bin auch der... Ich glaube, die haben das weggemacht. Also, ich schaue mir auch gerade selber zu. Das zählt aber nicht im Dashboard. Das Spiel ist schon geil, aber es ist schwierig. Wow, ich bin der auch gegangen, wow. Ich komme später. Ich mache heute... Ich mache heute nicht so lange. Ich mache heute nur bis... Maximal 11, 12. Und dann spielen wir noch ein bisschen... Dingens, wenn du möchtest. Ja. Bist du helfen, was streamst du jetzt, oder was? Ja, mal gucken. Eigentlich habe ich... Mein Rekord war letztens sieben Stunden. Fast. Alter. Ich würde ja jetzt zum Beispiel bei mir streamen, in meinem Kanal, wie ich lol zocke. Aber ich weiß nicht, welches Programm ich brauche, um zu streamen. Ach, du brauchst ein Programm, ne? Brauchst du auch ein Programm, brauchst du auch ein Programm, wenn du das mit dem lol da machst? Ja, also mein Twitch-Kanal habe ich schon mit lol verbunden. Scheiße. Oh, das war knapp. Alles klar. Ich begrüße... ...zuschauer, so. Ich hoffe, soll ich die denn noch begrüßen? Die letzten Filtern. Die letzten Filtern hole ich mir noch. Also die Pages sind doch wichtig. Vor allem, um zur letzten Welt zu gelangen. Ich muss noch einmal die Transformation machen. Und dann sind wir hier durch mit der Welt. Also mit der... Und dann müssen wir die erweitern, damit wir weitermachen können. Und ich möchte die Welt wenigstens heute noch fertig kriegen. Dann machen wir also das so jeden Tag eine Welt. Und dann am Ende, wenn wir alle Welten haben, Machen wir erst mal... Jetzt muss ich noch mal mit den Bötschen hinfahren. Aber ich habe mich einen Schalter gesehen, ne? Wenn ich so vorher nicht gesehen habe, weil der Winkel so blöd war. Guck, das meine ich ja nicht. Ah... Ah... Da zeige ich mich, das Türching aufgemacht. Das Weltraum-Tor ist offen. Ich wiederhole, das Weltraum-Tor ist offen. Ja, alles klar. Da kann ich jetzt schön reinfahren und dann aufmachen. Okay, bringt nichts. Dann muss ich das so machen. Alles klar. Ich verstehe schon. Ne, da komme ich nicht so ran, dann muss ich von vorne anfahren. Ich habe es geschafft. Hauptsache das Pelz ist auch falsch. Jetzt fällt es einfach nach unten. Wie geil ist das denn? Jetzt muss ich aber dann noch mal hin als Yoka und Layli, damit ich das holen kann. Seid ihr bereit zur Transformation? Ja. Alles klar, wir müssen hier lang. Und jetzt ab drüber. Und dann holen wir den Ghostwriter, der da hinten noch war. Oben drauf müsste auch irgendwas sein, ne? Jawoll, da haben wir ihn. Genau den habe ich gesucht. Und hier ist sonst nichts mehr, oder? Oder war es das schon? Ne, das war's. Gibt es sonst auch nichts mehr? Ja. Wir haben drei Geister, ein Energiedengens durch Kevin, ein Molekül habe ich ganz oben gesehen. Jetzt fehlt noch die Rextros Spielmünze. Gehen wir jetzt mal ganz schnell zurück. Aber da oben war noch irgendwas hier. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt von innen war oder von außen. Ich glaube nämlich, dass der Hilf ist. Da hinten. Wenn es hier oben nichts mehr schreit dann ist, haben wir das dann, oder? Ne, das war das Molekül, das schreit dann immer so. Ich habe ja die besondere Fähigkeit, dass ich die Sachen hören kann. Hier drin waren wir schon unten. Da unten waren wir auch schon. Und jetzt rüber. Ich hoffe, wir haben genug Wohnen, äh nicht Wohnen, um das Welt zu erweitern. Halt die Augen offen. Auch im Hitori Tower. Halt die Augen offen. Auch im Hitori Tower. Und dann kommt wieder, wenn ihr mindestens 15 von uns gefunden habt. 15 Stück. Oh je. Alles klar. Dann heißt das, wir müssen auf jeden Fall den ganzen Weg zurück in die erste Welt machen, um dort die Pages zu holen. So. Ich habe gerade festgestellt, ich brauche 15 Pages für die Welterweiterung. Habe ich aber nicht. Deswegen muss ich alle anderen Welten jetzt nochmal besuchen und die zu Ende machen. Damit ich, damit ich jetzt die Pages kriege. Mit Watt 5 Uhr kommst du? Das heißt OPS. OPS, äh, das finde ich natürlich so. Ist so schwarz, ne? OPS Multi heißt das. Das ist so, das ist so schwarz und da sind so eine Art wie, ähm, im Ventilator. Da gibt es eins, das hat noch eine weiße Umrandung um das schwarze und das benutze ich. Also, da gibt es noch eins, das hat keine Umrandung um die Dinger. Aber OPS Multi ist sowieso besser. Genau, da geht es mir nicht zur Gletscherwelt. Wenn ich da lang gehe. Warte, ich schicke dir mal den Link. Ja. Sehr richtig, guck mal. Was denn? Guck dir das Bild mal an. Ich, äh, mach mal kurz nochmal Pause. Ich schau mal kurz das Bild an, ne? Was für ein Bild? Ob das der ist? Ja. Kannst du auch auf die offizielle OPS Seite gehen und das dann da runterladen? Äh. Jetzt mal suchen. Open Broadcaster Software Studio. Ja, das ist die. Ah. Da musst du auf manuelle Installation klicken und nicht auf und so weiter. Mhm. Und die Einstellung musst du einfach, ähm, dann gucken. Im, ähm, wie die dann funktionieren. Ich werde jetzt auf jeden Fall eine kurze Pause machen. Und dann komm ich wieder. Wenn man hört dich, ne? Ich, mich? Ja, ich geh jetzt mal kurz, äh, nochmal zur ersten, also aufs Klo und dann geh ich nochmal in die erste Welt rein und mach dort den Rest fertig. Jetzt kann ich ja fliegen, jetzt kann ich fliegen, jetzt kann ich fliehen, jetzt kann ich fliehen, jetzt kann ich fliehen, besser. Überall hin, ne? OPS Studio Plugins. Browser Plugins? Re... Also kann ich den Browser Plugin rausmachen, den Hacken. Hey, wake up! Ah! Me! Oh! Hehehehe! iza! Hehehehe! Eh... We рос! Weber! We Victor! Heheheh! Wenn du dann spielst. Ja, ja, Vielen Dank. Vielen Dank.